Ebenen amtierend als Windrichter in diesem Kampf, der Spontor hat Rainer Wies. In der roten Ecke Simon Rath, Motorradisberg. Und in der blauen Ecke Erisam Kotsch. Ring frei, Runde 1. Schönen die Tür an, raus! Runde 1. Runde 1. Runde 2. Drei, Runde 2. Drei, Runde 1. Runde 2. Runde 1. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.